Wir sehen, was wir hier haben. Schon mal ein rarer Sonntag-Start. Und jetzt beginnt wieder diese 2D-Action. Ah, okay. Diese Plattform kennen wir auch. Ähm, ne, ich will den nicht einsetzen. So. Jetzt, glaube ich, kann ich ihn nicht mehr benutzen. Doch, dann müssen wir noch eine 2D-Action. Während wir in 2D sind, können wir diesen Stampf noch benutzen. Aber in 3D geht er, glaube ich, nicht. Nein! Ja, gut. Hi. Will ich da hoch oder will ich da nicht hoch? Nein. Dann will ich jetzt nicht hoch. Genau. Du kommst jetzt mal her. Jetzt kommst du mal her. Dich schnapp ich mir auch noch. Oder deinen Kumpel da oben. Ach, dich auch noch. So. Wahahaha. Beinah. Ah, Mist. Ach, egal. Ziel ist Ziel. Ach, die Welt war mir ein bisschen kurz. Oh, ja. Passt. Passt, passt. War ein bisschen kurz das Level. Jetzt wahrscheinlich so übelst viele Verstecke in der Welt. Okay. Gehen wir jetzt mal hier rein. Aquarium Park. Okay. Wahahaha. Ah, wir werden gezwungen... Nein! Na, da habe ich schon den Salat. Ich werde gezwungen... ...unter Wasser zu agieren. Nein! Ihr wollt mir das jetzt noch nicht weiß machen. Ernsthaft, oder? Wahrscheinlich noch mit Luft. Oder? Das habe ich gesagt. Ich brauche Luft. Wie komme ich hier in Luft? Okay. Mit dem Rocket Modus habe ich Luft scheinbar. Ah, ja. Bitte, was ohne Wasser. Zumindest nicht mit diesem Modus. Ich mag diesen Modus nicht. So, ein paar Ringe. Oh nein, 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 nein. Wer ist das abstehen? Egal. Natürlich durchgrätschen. Und weiter! Äh... Ah, okay. Ist da oben was? Nee. Okay. Gehen wir jetzt hier lang? Vielleicht kann mir denken wir, dass wir gleich wieder unter Wasser landen werden. Dass unter Wasser irgendwas ist. Aber ich habe kein... Boah, ich habe es rüber geschafft. Ich will da hoch. Da will ich hoch. Da brauche ich bestimmt einen Rocket. Rocket. Da. Da ist einer. Rocket. Kann ich steigen. Okay. Hier. Und hoch mit mir. Was ist das? Ähm... Cool. Ich kriege hier für das langsame Grind'n'crine Bonus. Zack. Ich glaube ich habe das eben gerade total falsch gemacht. Aber... Juckt mich jetzt mal. Generell. Nicht. Die Liga-Fähigkeit. Was kann das sein? Ich hätte denken, ihr seid nicht gefährlich. Die waren nicht gefährlich. Liga-Fähigkeit. Was ist das? Ne, du lass mir meine Ruhe bitte. Du auch. Ich möchte mit dem Packen fahren. Mit dein Knopf? Nein, das ist ja nicht. Warte, jetzt bist du nicht tot. Ich muss das aufprobieren. Ne, Moment mal. Was ist das? Nö. Hier ist nichts. Pfoten. Weg. Von. Mir. Einer hat gefehlt. D-Rang. Ich will kein D-Rang. Danke. C-Rang. B-Rang. Zauber. So, gefällts mir. Let's a go. Wieder ein falscher Charakter. Ich weiß. Keine Ahnung. Die Wasserwitz mag ich doch. Was? Was bist du denn? Ich konnte überhaupt nichts machen. Also, scheinbar war das nur eine Demonstration, die ich dann später besiegen muss. Ach. Ich lag dann lieber drinnen. Oh. Ich renne da lieber drüber. Ich gehe heute nicht fahren. Ne, ne. Ich gehe heute nicht fahren. Kann ich eigentlich nur mit dem Boost drüber laufen oder geht das auch ohne? Ich will das probieren. So. Ich kann euch nicht mit einer Gretchen umrennen. Kombo. Äh. Mist. Da wohl schreien. Das Wasserbecken sah verdächtig aus. Nein. Das hat mir jetzt so viel gebracht. Toller Witz. Ich würde eigentlich das Ding... Ja. Kein Laser kommt nach. Mal nur. Was ist das hier überhaupt? Kann mir das irgendeiner mal verraten, bitte? Ich habe echt definitiv keinen Plan. Ich habe die Beschreibung dazu scheinbar verpasst. Moment mal. Ich hätte gedacht, ich kann da rein. Das erinnert mich so ein bisschen Mario-like, aber... Schauen wir nicht. Klatsch. Los Mario-like. Noch mal nur. Hä? Ach das Wasser. Cool. Hm, das bieten wir mal durch. Ich sehe hier nichts interessantes. Aha. Luft. Ah. Und auch noch den alten Sound. Wenn der Sonic Luft kriegt. Ach komm. Der Wasserbohrer. Oh. Über Wasser funktioniert er also nicht. Moment mal. Geht das? Coole Abkürzung. Ich will einen Drill haben. Ich will im Schwissen aufstehen. Unbegrenzt kann ich einen Denkschwein spielen dazu, aber... ...relativ lang. So. Das erinnert mich so ein bisschen an Köbis Gepäck Jahren und mit diesen Delfinen. Kann ich da rein? Ah, Duffels sind die Fröhren gut. Kling, 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 kling. Raus hier. So, Moment. Da will ich hoch. Oder auch nicht. Okay. Hahaha. Warum attackierst du den Gegner? Äh, hä? What the fuck? Mist. Ich will da nicht runter. 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 So. Ich hab keinen Drill. Ja, raus hier. Heute nicht. Ich will da. Raus. So. Waaah. Moment. Kann ich mich doch bestimmt durchschmuggeln. So. Haha, okay. Nimm mir mal das als Abkürzung hin. Würde ich mal sagen. Oh. Klatsch einfach mal. So. Komm ich nicht durch. Ah, ich kann nicht mit umliegen. So. Speed Up. Speed Up habe ich gesagt. Oh. Ähm, B. Ach so. Haha. Hm. Da war er jetzt gemein. Okay. Jetzt weiß ich aber Bescheid. Hoff ich zumindest. Okay. Okay. I guess it. Haha. Ach, leck mich. Nix game over. Game fortsetzen. Kannst doch nicht angehen hier. Ich habe den Überblick über den Gegner verloren habe gerade. Ich glaube es hackt. Darf ich dir was sagen? Sie sieht hässlich aus. Hatte ich das gefunden? Oh, Entschuldigung. Engel. Er findet eine komische aussehende Krabbe. Ach gut. Ach ja. Und zack. Ich habe hier bisher noch nie Notausgang gesehen. Aber eins frage ich mich immer noch. Warum baut Aikman in einem Vergnügungspark, der so abgestimmt ist, dass Sonic hier so lockerlässig einfach mal durchspeeden kann. Und weiter geht's. Komm. Ich kriege noch einen kleinen Kombo. Yeah. Moment. Die ist natürlich aber hier runter. Aha. Lass mich warten. Ich bekomme hier hinten einen Drill-Typen. So. Und kriege auch ein bisschen Luft. Danke. Ich nehme es einfach mal so jetzt durch. Ich hoffe ich schaffe diese Distanz. Oh, das sieht gut aus. So. Ab in die Röre. Okay. Ob es sich dieser Abkürzung gelohnt hat? Moment. Ich will einfach abkürzen. Hahaha. Ich sag ich will einfach abkürzen. Aber vergeigstern. Nein. So. Machen wir das mal so. Hä. Freut mich dich kennenzulernen. Ähm. Da kommt ein neuer Geschwumpf. Hi. Hi. Ah. Okay. Nochmal Laser. Das trifft sich gut. Ich will dem Schlüberswasser. Nein. Sonic. Ach. Mann. Ich hab euch vergesiebt. Ah. Hier müsste auch irgendwo noch... Ah. Da ist er. Wir benutzen halt den Drill-Typen. in den Alltags gekommen. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Ja. Ding. Ding. Haben wir einen Laser noch bekommen? Das ist schön. Aha. Wir könnten dieser Dinger... diesen Dinger in Schaden nehmen. Da oben war ja nichts. Hab ich doch feststellen müssen. Moment. Ja. Machen wir das mal so. Ach. Ich hab doch gesagt, hier bin ich nicht rein. Haha. Na. Jetzt, jetzt, jetzt. Hoch mit dir. So. Nein. Nicht so hoch. Ja. Ich weiß. Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Ach. Dann heben wir dich erst mal auf. Was soll denn der Mist? So. Haha. Na ja. Oh Gott. Einschränkchen. Alter. Klack. Aha. Soll das heißen? Ich soll das hier machen? Ja, das soll ich machen. Super. Und ich hab den Drill wieder. Okay. Das ist ja super. Das ist, wenn ich die Berühre, dass ich sie wieder einsammle. Mist, jetzt hab ich den verbraucht. Hey, Drill. Komm her. Komm her, Drill. Wollte ich nicht einfach rausschicken. Tut mir leid. Nein. Och. Drill. Ich weiß ja nicht, wie der Alien wirklich scheiß. Warum machst du immer beides? Gleichzeitig. Ach egal. Und. Jetzt kommt wieder der Boss, oder? Ja. Jetzt darf ich Drill nicht benutzen. Okay. Okay. Den ersten Angriff war ich nur mit B aus. Okay. In der Mitte muss ich bleiben. Diese Anzeige da oben ist irritierend. Merkt ihr es? Die Anzeige tut nämlich das versperren, wo der drauf schießt. Ein bisschen. Das hat mich für mich vorhin irritiert. Kann es sein, dass ich dich jetzt attackieren darf? Nein. Ach. Ich hab doch was gemacht. Die Mitte wieder. Irgendwie langweilig. Ja. Oder so. Und einen Tank zerstört. Haben wir euch wieder fallen gelassen. Sauber. Schon besser. Arang. Sauber. Arang. Klatsch. Weiter. Arang.